und jetzt hoch zur Speed Cola, Doppelfeuer und dann das hat einmal tief durchgehandelt guck mal der Löffel ist einfach Gold wert schlägt und ich hab drei Bauer über mir hast du vollbar wir wechseln uns wieder ab wir sind wieder das so schlimmer wird mit dem Bambus andere Seite Magen die Perks hast du jetzt wieder? zwei, brauch ich noch Speed Cola und Deadshot Akkering, dann hab ich alles was hast du für einen Aufsatz auf die Elsat, hast du da Zielsucher oder? ja, hab ich ja, Rotpunkt ist am besten mal drauf Imran, bist du bei ihm? ja, Entschuldigung wie war das du folgst mir Imran? ja, ähm, du hast Jagger und alles und da kann ich wohl wenn das von zwei Tommys nicht schürfen, dann hab ich mal gepanschen, Alter ja, mein Trinken kann ich halt nichts machen, mal Arras ist grad getrunken? er ist mit dem Spiel vielleicht noch mal just day just day just day just day ja? ja, ja, man hat schon gehört, wie du durchgehabt mit hast ich war aber auch kleine Leck-Einbrüche immer ich war aber auch kleine Leck-Einbrüche immer wie die immer ohne, ohne irgendwas zu sagen, wie dein Geplatz kommt weiter hat meine Erschwürstung hat meine Erschwürstung ja, trotzdem total ich war ihm dran ja, einfach den Meistern war meine Geschwistern noch mehr ja da kommen wir ja mal zu ich meine, meine Geschwister machen die Xbox aus, ne? oh ne, da wär bei mir eine Schicht dann noch mal ein, ich hab ja auch kein Bock mehr, ohne Scheiß jetzt noch mal Daumen gehen, dann bin ich drauf auch wenn nicht genug, auch wenn nicht gute Wacht ah, komm, wir ziehen uns nicht durch na, weiß egal äh ohne allem hab ich reich, ne? oh, roter Bildschirm, roter Bildschirm Alter, boah aber jetzt kommt die Executioner zum Einsatz, die immer noch One-Hit gibt ey, Quatsch die wird hier bis Runde 14 Alter, roter Bildschirm! ich lauf dir hinterher jetzt, damit du nicht down gehst sehr hilfsbereit, danke, stimmt jetzt muss ich mich natürlich immer wieder umdrehen und gucken ob... oh, zahle, und gucken ob man sich... ja, ähm... hast du schon Spichtpola? ne, ich muss mir noch holen Doppelfeuer? ja, hab ich schon wenn man die Raygan in Black Ops 1 puncht, dann heißt die aber anders als hier war hier heißt die, äh... Portas X2-Strahlen doch, heißt genauso, Portas X3-Strahlen kann ja hat Kolos sich hier mal mitgedacht so, Redshot Ikiri und dann bin ich wieder oben ja, andere war... na, ist aber auch so wie früher war die Pythorne ist, glaub ich, immer noch Cobra Kiri, Kiri, Kiri man hört eigentlich gar nichts mehr von Kiri, den Frischkäse eigentlich nicht, ne was soll man auch von denen hören na, sonst soll ich mal übertrieben für Werbung von denen ja, der kann ja nicht reden, der Frischkäse doch na doch ja ne trotzdem hört man nichts davon ob man da nicht reden kann wir müssen dreimal fliegen für das Easter Egg, wa? ja ok, dann fliegen wir in ein, zwei Runden nochmal, ne was ist so... kann man die, ähm... ähm, wer ist da nochmal? Raygan nochmal punchen? ja, ich bin mir nicht äh, ne, die Raygan kannst du nur einmal punchen wer räumt jetzt da sein Zimmer um? niemand ähm, ihr könnt ja wenn ihr da unten seid schon mal einen Kanister nehmen ne hab nun grad den Laptop durchgeführt, da hab ich mich auf dem Bett ach so hab dann unten da einen Kanister genommen bei den Docks und so... ok, da nicht hab da nicht nein was müssen wir dafür gemacht haben, sind dreimal geflogen, ne und das war doch ein und dann nochmal sich schwulen Zipan da eingeben und Penis und so naja, da, das kann man ja dann machen, ne rund 30 oder so mich will nur kurz für den Abonnenten sagen, wir haben es jetzt 23 Uhr, äh 30 ähm, da sinkt ihm Ranz Niveau wieder was für Niveau und äh Penis was für Niveau? ach ja ich frage das nur Oh, ist der Dreck-Sombie, ey. Jetzt mal ohne Schatz, was für ein Niveau. Jaaa, nie wehr, Mann. Hoseiho! Wo ist Randa? Bis wann gibt der Level-One-Hit? Ohne Dreiundreißig. Ohne Dreiundreißig braucht er schon zwei. Aber ich denke mal, soweit werden wir ja nicht kommen davor. Werden wir schon ins Icer-Eck machen müssen. Was machen wir denn? War wie ein Bienen-Chech nur, wenn sie provoziert werden, war? Ja, das musste mal gesagt werden, ne? Und ein B3 wäre eigentlich voll das gute Call of Duty. Ja. Na, wer hört das? Ja. Ich will ja nicht wissen, wie Call of Duty Ghosts wird. Das ist doch super, Mensch. Ich weiß es nicht, wenn es wirklich mit der alten Angel... Ach, der Leute mit der Angel... Ja, alle anderen sind wirklich helle, wa? Ja. Woher weißt du, dass das mit der alten Angel gemacht wird? Gamestar. Ja, Gamestar labert man auch wieder. Da haben wir doch alle nur scheiße. Ja, ich hab auch als Perk-Taucher an dem Spiel. Genau. Kannst du Leute mit Schall auf der Karte sehen? Na, mal sehen, was die E3 sagt. Na, auf der E3 sieht man ja Gameplätze, denn sie sind eben ein Gameplätze, die man da bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Ich will auch wissen, was mit Sony, wie die Playstation 4 aussieht, weil dort wird sie auf jeden Fall gezeigt. Ja, du, ja, noch viele kurze Woche, ne? Am 10. Juni. Von 11, oder? Na, ne, am 10. um 18 Uhr, oder so. Also amerikanische Zeit. Ja, das heißt, bei uns wieder nachts. Können wir uns am nächsten Tag anschauen, ne? Und da eh alle über YouTube. Oha, ne. Doch. Ich kann mir das sogar anschauen, weil am nächsten Tag gehen wir an den Heidepark. Ach so, genau, Emi. Ja, da geh ich doch. Ich hab vorhin nicht pennen, Mann. Okay, okay. Dann pennen mal im Bus, Alter. Bei unserer Klasse. Ein letztes Mal bin ich vorher auch nicht pennen gegangen und bin im Bus auch nicht pennen gegangen. Na doch, ich wollte im Bus pennen, aber er rennt ohne Kopf. Ich hab's gesehen. Penz in der Achterbahn, ne? Ja. Bei Kolossus. Bei Desert Race. Im Start. Ja, richtig tief. Ja, richtig tief. Ja, richtig tief. Ja, richtig tief. Was haben wir denn eigentlich? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Wir fahren ja dann wieder durch Ulm. Da wird nicht mehr viel übrig sein, wenn der Rauch weg ist. Von auf dem. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht mehr. Nein, warte deiner Schuss papel. Erst auf der Kugel. mehr solche treffer könnten das gebrauchen Wie soll ich ohne Blei schießen? Wann fliegen wir dann nochmal? Ey, wann fliegen wir dann nochmal? Ja, jetzt können wir fliegen, ne? Okay. Ich hab die Last bei mir. Mit Tui? Okay. Welche Kanister fehlen nur noch? Hallo. Ne, jetzt der Erste, der Zweite und der Vierte. Der an den Docks, der an der Waschmaschine und der an der Treppe. Okay, dann soll mal einer mit runterkommen zu den Docks. Ich hab schon nen Dings da. Der Tommy blockt mich, ich töte ihn. Oh, bist du? Nein, Spaß. Ich bin hier in dem Durchgang, geh grad zur Kraft. Marvin, wollen wir uns mal nen Schild schnappen? Warte kurz, ich krieg noch einen Schluck. Ich hab den, äh, den bei den Docks könnt ihr dann machen, ne? Ich müsste dann mal ganz kurz auf Klo gehen, ja? Justin? Ja? Ja? Na egal, das gehört jetzt nicht unbedingt hinzu, äh, dazu. Hallo? Hallo? Ja, frag ich dich einfach später. Das ist gestorben, ne? Ach, den gekillt, fuck. Schnell, schnell, schnell. Ich wusste nicht, dass der am Leben bleiben sollte. Ach, hab ich überall, sorry. Ey, Ma, Wienmann. Ey, Imran, ey. Ich glaub's nicht. Leute, ich bin auch echt immer oben mit dir. Irgendjemand hat seinen Färzen wieder mal scheißlaut. Ich denke, es ist Imran. Du denkst, wer es ist? Du. Calsch. Dann Ma. Ich denke, ich denke, Muffe, ja. Ne, ich bin's nicht. Drei Bomben. Ein Fernseher ist auf Lautstärke 10, der ist nicht laut. Alter, roten Bildschirm. Ich glaub's nicht wegen der Explosion. Das sieht man ja dann alles aus meiner Perspie. Hast du da umgegangen? Ne. Ich sag's fünfmal und du fragst es danach, ey. Jetzt weiß ich auch ganz genau, warum du uns immer alle fünfmal erzählen musst. Ja. Ne, tu mal dieses roten Bildschirm, damit ich davon auskomme. Da hab ich gesagt, ich bin down wegen der Explosion. Und dann bist du downgegangen? Hast du downgegangen, Justin? Halt's Maul. So. Hier habt ihr Max Amo. Ich geh mir einen neuen Jugger holen. Wollte ich aber gar nicht. Ich hatte noch nie, dass ich wegen der Explosion downgehe. Hast du downgegangen? Alter, reicht jetzt was. Ne. Guck mal, jetzt hat sich der Sound gelegt, ne? Jetzt hat hier nicht mehr jemand sein Fernseher extrem laut. Oh. Oh. Ich ne. Justin, mach mal hier, ähm, ein random Tomahawk. So gut wie mein erster Schloss in meiner Reihe. Ja, okay. Ne, geht jetzt nicht. Ich bin grad, ähm, im Turm. Nice. 40 Schuss auch wieder gekriegt. Ja, 50 Schuss. Ja, 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 haben wir. Und jetzt downgegangen, und dann ist... Boah. Ja, weil bei euch oben nichts los ist. Doch. Weil ich das alles abfange. Ja, bei mir ist ja auch nichts los. Das war's. Ich würde dir was ausmachen, wenn du mich kurz beschützen kannst. Wo gehst du denn hin? Ach so. Ich geb mir Mühe, ne? Gleich down. Quatsch. Ich, ich riskiere. Wenn ich jetzt downgehe, dann glaube ich nicht, dass ich noch mal Lust habe auf ne weitere Runde. Ja, mach mir, ähm, C-Stack und... Stell dir an dein Schild davor. Ich geh am Ende einer Runde, wenn... Ihr hoffentlich nach uns von mir leben lasst. Ja, lass, wir fliegen ja auch am Ende der Runde. Auf die Fresse. Wir fragen das, genau. Auch. Auch. Im wahrsten Sinne des Wortes im Spiel. Was könnte man so verstehen. Nein, nein, nein. Aber nein, nein. Aber... Nein, 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 nein. Nein, nein. wir haben weil ich meine die Läden die sein sagt das auch aus der Klinik und zwar der Himmel ist dunkel dabei war es auch alles war sterben als Moritz wird für die Musik zu tun wir haben hier geklärt